Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind zurück bei Weekly Reset, also dem Format, wo ich G6 euch erzähle, was es in dieser Woche in World of Warcraft Dragonflight so zu tun gibt, was ihr vielleicht tun solltet, um bestmöglich vorbereitet zu sein und einfach das Maximum aus eurem Charakter und aus eurer Spielzeit herausholen könnt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, die Liste liegt vor mir, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich gehe mal davon aus, dass alles drauf ist. Bevor wir loslegen, würde ich aber sagen, gibt es noch eine kleine Botschaft von meinem Partner Holy, denn ich habe gehört, bald gibt es nochmal richtig coole Weihnachtsaktionen, aber nicht weiter sagen. Holy Energy ist die Alternative zu herkömmlichen Energydrinks ohne Zucker, ohne künstlichen Bullshit in zahlreichen leckeren Geschmackssorten. Ist Holy Energy die perfekte Alternative für euch, wenn ihr Energie braucht, aber auf Zucker, Kalorien, einen Koffeincrash und so weiter und sofort verzichten wollt. Zubereitung ist ganz einfach, Wasser in den Shaker, gerne ein paar Eiswürfel dazu, Pulver drauf, einfach mal kurz schütteln und fertig ist euer leckerer Energydrink für unterwegs. Wenn ihr aber sagt, ich möchte nicht zu viel Koffein zu mir nehmen, dann hat Holy auch Eistee. Im Sortiment gibt es ebenfalls in zahlreichen leckeren Geschmackssorten und das Beste, sowohl den Energydrink als auch den Eistee gibt es in Probierpäckchen. Also checkt die Links in der Videobeschreibung und meine Codes, da könnt ihr nochmal ordentlich was sparen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Holy. So und damit gehen wir rein in die aktuelle Woche. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit ein paar Quest-Sachen, bevor wir uns den normalen Weekly-Eigenschaften widmen. Wenn ihr letzte Woche die Kampagne von Tyr abgeschlossen habt, dann gibt es auch diesen Erfolg hier von Tyr's Wache und der Questgeber stand irgendwie übrigens hier so in der Gegend rum, also man kann das natürlich immer noch nachholen. Aber wenn ihr das vergangene Woche gemacht habt, schaut in euren Briefkasten, dann ist da ein Brief drinne und ihr bekommt einfach eine Quest dafür, dieses Logo-Therapie und dafür müsst ihr einfach nur kurz mit Tyr in Tyr's Ruhestätte sprechen. Die Quest dauert zehn Sekunden abzuschließen und dafür bekommt ihr den Wappenrock von Tyr's Wache. So sieht das gute Stück an der Stelle auch einfach aus. Ist natürlich jetzt nichts, was euch wegrennt, aber es geht sehr, sehr schnell und für Sammler ist es, denke ich, eine ganz nette Geschichte, sich da noch den Wappenrock zu gönnen. Damit kommen wir zur Weekly-Quest, die es diese Woche bei Kazra in Waldracken gibt, denn da erwartet euch auch wieder natürlich eine ganz nette Geschichte. Haben wir uns heute Morgen schon mal in einem Video extra angeguckt, weil viele Fragen kamen. Wir haben das Bonus-Ereignis Zeitwanderungs-Dungeons und hier gibt es von ihm diese Quest, ein teuflischer Weg durch die Zeit, mit Truhe, mit Schätzen aus ihrem Amir-Trassil, mit mindestens 454er Loot. Und das ist halt das Entscheidende. Der Loot ist nur bei den ersten Bossen auf 454. Es kann aber beispielsweise von Fyrrack, der hat drei Trinkets auf Item-Level 470, die können, zwar sehr, sehr unwahrscheinlich, aber die können da drin sein. Und das macht die gesamte Geschichte halt so stark. Und selbst die normalen Items für 454 lassen sich auf bis zu 476 aufwerten. Ähm, dementsprechend, die Weekly lohnt sich auf jeden Fall nicht nur für Mains, äh, nicht nur für Twings oder Wiedereinsteiger, sondern auch für Mains. Also ich werde diese Woche auf jeden Fall die Quest auch abschließen mit meiner Eule. Einfach in der Hoffnung, da noch ein schönes Trinket zu bekommen. Gleichzeitig habt ihr diesen Buff-Aktivzeichen der Legion. 50% mehr Ruf bei Fraktionen von Legion durch Quests und Kampf. Das bedeutet, dass ihr auf den verheerten Inseln beispielsweise Weltquests abschließen könnt. Die geben euch 50% mehr Ruf. Im Dalaran der verheerten Inseln gibt es wieder diesen Zeitwanderungshändler. Da könnt ihr mit euren zeitverzerrten Abzeichen Ruf-Token für die einzelne Fraktionen kaufen. Und die Dinger lassen sich auf Twings hin und her schicken. Also ihr könnt sie da kaufen auf einem Char und dann an den Char senden, der sie eben gerade braucht. Wieso ist das relevant? Die Legion-Fraktionen hatten diesen Bonus, jetzt sieht man bei mir nicht, sieht er da drüber, ich hatte damals in Legion Charmi gespielt. Wenn ihr auf ehrfürchtig seid, könnt ihr mit 10.000 Ruf extra ein Vorräte dieser Fraktion bekommen. Und bei fast jeder Legion-Fraktion ist darüber nochmal ein Mount, Pets und so weiter und so fort freischaltbar. Was ihr also machen können, wenn ihr seht, okay, auf meinem Main fehlen mir nur noch 5.000 Ruf für die Bonus-Kiste. Lockt euch auf Twings, kauft euch diese Ruf-Token, schickt sie auf euren Main, löst sie ein und freut euch. Das Besondere ist halt auch noch, in dieser Woche ist noch der 19% Geburtstags-Buff aktiv. Dementsprechend gibt es nochmal extra Ruf für jedes Token. Im Smaraggrünen Traum lohnt sich auf jeden Fall ein würdiger Verbündeter Traumwächter abzuschließen für die nächste Hälfte eures Splitters. Da sei aber gesagt, ihr könnt diese Woche unter normalen Umständen kein drittes Item craften, da müsst ihr euch noch eine Woche gedulden. Ich habe jetzt in meinem Fall zwei Items gecraftet. Diese Woche würde ich die erste Splitterhälfte kriegen, nächste Woche die zweite. Heißt, nächste Woche gibt es das dritte Crafted-Item. Außer ihr habt beispielsweise diese Abzeichen aus der Vault genommen und dafür dann einen Splitter gekauft. Ebenfalls lohnt sich erblühende Traumsaat, einfach für Ruf, für ein bisschen Loot, für Twings. Schließt natürlich auch gerne die Quest der Superblüte ab, wenn ihr da Bock drauf habt. Gibt auch nochmal ein bisschen Loot und World Boss Aurastor ist natürlich auch wieder am Start. Dazu haben wir die ganzen Weekly Quests, die es dort zu erledigen gibt. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Haben uns ja auch schon ein paar Mal angesehen, was man so im Traum als solches machen kann. Aber am wichtigsten ist eigentlich dieses ein würdiger Verbündeter Traumwächter. Da braucht ihr 1500 Ruf und dann bekommt ihr den Splitter. Wobei man da sagen muss, ihr kriegt ja, wenn ihr eine Woche nichts gemacht habt oder mehrere Wochen, den Splitter dann immer, den ihr verpasst habt oder die Splitter über Raid Mythisch Plus oder so nachgeliefert ab der nächsten Woche. Da es in dieser Woche nichts zu Craften gibt, könntet ihr auch einfach sagen, okay, fuck die Quest. Ich mach sie nicht. Und nächste Woche geh ich eh mit meiner Gilde in den Raid und da ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass sehr schnell einer dieser Splitter direkt droppt. Das heißt, ihr müsstet dann nur nächste Woche Questen und, ähm, ja, käme beim selben Ergebnis raus. Also den Splitter für diese Woche kriegt ihr auch, wenn ihr die Quest mal nicht macht. Nächste Woche zusätzlich über Raid, M Plus, PvP, whatever, was es da nicht alles noch so gibt. Und ja, das waren eigentlich schon so die wichtigsten Sachen. Was ihr am letzten Endes im Traum macht, ist euch überlassen, wenn es euch wichtig ist, noch beispielsweise Ruf zu farmen, haben. Beispielsweise Ruf in Stufe 18 für diese, äh, traumgebundene Rune und so weiter und so fort. Könnt ihr das natürlich jetzt noch machen und euch da langsam hocharbeiten. Ähm, aber wie gesagt, das haben wir uns schon ein paar Mal angeschaut, was es da alles zu tun und zu machen gibt. Deswegen glaube ich, brauchen wir da jetzt nicht nochmal so super ausführlich drauf eingehen. Aber wo ihr aufpassen solltet, am Sonntag macht um 10 Uhr, äh, nachts um 1 Uhr wieder der Dunkelmondjahrmarkt auf, äh, um 0.01 Uhr. Sprich, da könnt ihr euch auch nochmal einen 10% Buff holen. Das ist interessant, weil nächste Woche Donnerstag läuft um 10 Uhr, also am 7. Dezember, der Geburtstags-Buff von WoW aus. Heißt, es gibt keine 19% Ruf und Erfahrung mehr extra ab diesem 7. Sprich, wenn ihr am Sonntag zum Dunkelmondjahrmarkt geht, könnt ihr insgesamt noch 29% mehr Ruf, beispielsweise für die Traumwächter einsacken oder 29% mehr EP, wenn ihr einen Twink hochquesten wollt. Whatever. Also, das sind jetzt nochmal die letzten Momente, wie ihr wirklich ganz gut Ruf und EP sacken könnt. Ähm, Dünnschlingerkraulock in Voldun ist nicht aktiv, also da wird es noch, glaube ich, drei Wochen dauern oder vier, bis Molli das Alpaka wieder erhältlich ist darüber. Wir werfen gleichzeitig auch nochmal einen Blick in das alte oder ins Dalaran der verheerten Inseln, wenn ich mich hier nicht verklicken würde. Da haben wir die Archäologie Weekly Unaussprechliche Macht am Start und die ist eigentlich nur für Kompletisten interessant. Sprich, ähm, da wechseln sich, glaube ich, knapp 20 Quests immer ab, alle zwei Wochen. Ähm, das sind 16 so in dem Dreh. Und es gibt einen Meta-Erfolg, weil ihr alle abschließt. In dem Fall als Belohnung für diese Quest gibt's aber keinen Mount oder so, wie das manchmal ist, sondern einfach nur ein Relikt. Wenn ihr damals nicht gespielt habt, in Legion gab es Artefaktwaffen, die konnten mit Relikten verstärkt werden. Haben dann Extras gegeben, mehr Power und so weiter und so fort. Und jetzt sind diese Relikte einfach absolut nutzlos. Ähm, geben wahrscheinlich drei Gold 50, wenn überhaupt eher drei Silber 50 Bronze. Die Quest lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Im Schlagzugsbrowser haben wir auch eine Änderung und zwar ist dann hier der nächste Wing am Start mit den Bossen der Rat der Träume und Nimju. Ich bleibe jetzt auch dabei, Nimju zu sagen. Ich finde, das klingt am rundesten. Bedeutet aber, ihr könnt da jetzt das Brust-Token ergattern fürs T-Set und mittlerweile gibt es aus dem LFR alle vier T-Set-Teile außer dem Kopf. Den gibt's dann bei Tindral und bei Führer gibt's einen Omni-Token. Dafür könnt ihr jedes Set-Teil holen. Ähm, die beiden Bosse werden im vierten Wing aber nicht nächste Woche freigeschaltet, sondern jetzt dauert zwei Wochen. Das ist dann am Mittwoch, dem 13. Dezember soweit. Aber wenn euch beispielsweise jetzt noch ein Set fehlt oder ein Set-Teil, ähm, lohnt es sich durchaus mal in den LFR reinzugehen und sein Glück zu versuchen. Set ist Set. Mythisch Plus haben wir verstärkt, vulkanisch boshaft als Affixer aktiv und ich würde jetzt einfach mal ganz frech behaupten, das ist die bislang einfachste Woche der dritten Season, die wir hatten. Weiß nicht, letzte Woche Platzend, davor die Woche die Geister, die CC'd werden mussten. Da kann schon mal was schiefgehen. Hier ist es relativ simpel. Vulcanic, don't stand in shit und bei boshaft müssen vor allem wieder die Meleys aufpassen, dass sie von diesen Geistern nicht weggeknuspert werden. Aber der Affix ist tatsächlich in Inis wie Kronsteig anwesender als eng. Thron ist es manchmal eng, Rabenwehr ist es auch öfters mal eng. Der Affix kann auch für Ranges ein bisschen gefährlich sein, gerade in engen Gängen oder wenn ihr aufpassen müsst, wie ihr pullt, wie im Thron zum Beispiel. Achtet drauf, dass ihr nicht zu nah an den Geistern steht und von denen weggeknuspert werdet. Das kann sonst relativ wehtun. Das sind definitiv Dungeons, wo Ranged-DDs auch einfach mal ein bisschen aufpassen müssen. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es wirklich die einfachste Woche. Was ebenfalls diese Woche noch ist, der Katalysator bei Türhold bekommt seine zweite Aufladung dieser Season. Das heißt, wenn ihr eure erste Aufladung nicht einfach grundlos verblasen habt, dann könnt ihr euch jetzt euer zweites T-Teil, also das Teil des T-Sets aus Amir Drassil herstellen. Und damit kommt ihr auf jeden Fall in den Genuss des Zweier-T-Set-Bonuses. Und ich denke, das ist eine auf jeden Fall gute Sache. Was da noch gesagt sei, es hängt auch ein bisschen davon ab, wenn ihr zum Beispiel drei Teile habt, weil ihr schon einmal was in der Vault hattet oder so, dann lohnt es sich definitiv auch den LFR abzufarmen. Denn vierer T-Set ist bei den meisten Klassen halt einfach extrem stark. Und grundsätzlich, die LFR-Items lassen sich ja auch auf Item-Level 463 aufwerten. Zum Beispiel, ich trage gerade, das seht ihr dann gleich noch, auch 463er T-Set-Schultern aus dem LFR, obwohl ich 476er hätte. Einfach vierer T-Set-Bonus ist besser als höheres Item-Level auf dem Slot. Da könnt ihr aber mal ganz geschmeidig einen drauf lassen. Ansonsten würde ich euch noch empfehlen, wenn ihr vier Teile schon habt, wartet erstmal, bevor ihr die Katalysator-Aufladung benutzt, falls ihr in dieser Woche irgendwo noch ein höheres Teil bekommt und ihr somit einen Slot upgraden könnt. Und ja, ansonsten, meine Liste sagt, wir sind mit allem durch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, sehr gerne ein Abo auf dem Kanal dalassen. Eure Unterstützung hilft mir extremst weiter. Danke auch an 22.000 Abonnenten. Ihr seid die Besten. Und damit bis zum nächsten Video. Habt eine tolle Zeit und reingehauen. BeHAMment, eine tolle Zeit und reingehauen. See you. Bye.